Hi Leute, jetzt machen wir ein Video in einem Fake-Gardoppy. Also ich mach kurz das Video auf Pause und dann zeig ich euch nicht Fake-Gardoppy, sondern Fake-Fake-Course. Also bis gleich. So, jetzt bin ich drinnen und jetzt machen wir es. Boah, das fühlt sich so Fake an, aber das habe ich halt schon gespielt und ich wähle kurz den Pen. So, wuhu, wir haben heute Glück und wählen schon das Dritte. Oh, cool, aber schon ein Duplikat. Schon leider ein Duplikat. Haben das leider ein Duplikat, Mann. Aber das ist ja egal, wenn man das Duplikat hat. Warte, ich überspringe die Werbung vor euch. Hab die Werbung weggemacht. Ähm, nee. Edelmal bis sie hätte. Ed. Ich würde das machen. Komm, wir machen das. Ja, wir machen das. Ich habe es gemacht, wartet leider. Also, jetzt ist Werbung gerade, deswegen stoppe ich kurz. So, Werbung ist zu Ende. Jetzt können wir auch. Boah, nee, die kaufe ich mir halt nicht für Werbung. Schaut mal. Wir haben schon einfach so viele Shiny-Karten. Boah, mir ist gerade nicht aufgefallen, dass wir schon die ganze Ziele voll haben. OMG. Okay, wir wählen jetzt mal kurz das 150er-Pack aus. Die erste Karte. Ja, die erste. Oh. Da sind... Okay, jetzt machen wir. Es ist schon wieder Werbung. Okay, jetzt ist es wieder an. Würde ich machen. Für eine Million Karte würde ich sowas von machen. Das... Oh. Echt, das wollte mich verarschen. Muss jedes Mal kurz... So, Alter. Ich bin nicht. Ich bin gegen Werbung. Ich will keine Werbung, Alter. Wir haben noch gar keinen Choos-Tunes. Wir haben noch die ganzen Karten, noch nicht. Okay. Was ist das für eine Karte? Komm, wir öffnen jetzt mal 200 Blumenfächer weg. Mal gucken, was wir eigentlich so rauskriegen. Oh, ich muss pausieren. Ist das fair? Oh, ja, mach ich. Tu mal. Oh, ich muss kurz pausieren, weil meine Mutter auf meine Schwester rein. So. Also, ja, das war ein bisschen größer Time-Lapse. Weil ich musste gucken, ob meine Mutter oder meine Schwester reinkommt. Weil sie wissen, dass ich YouTuber bin, aber die möchten nicht so gerne gehört werden. Deswegen mache ich jetzt ein 25-K-Ding im Saus. Oh, die voll letzte, Alter. Ich wollte die letzte. Mein Karl. Wenigstens habe ich so ein paar Sachen rausgekommen. Oh, ich muss jedes Mal pausieren. Und dann. Oh, ich muss ja. Und dann. Oh, du bist ja. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und wir beenden noch das Video und wir beenden ein kurzes Video auf einer ganz, ganz schönen Seite. Und zwar, wir werden dann, oh, da kann ich später hinschauen. Das war so. Tschüss. Tschöke, gau.